Wenn wir schon bei der Haltung sind, eins haben wir natürlich vergessen, worauf sitzt du denn? Es gibt viele verschiedene Arten von Hockern oder Sesseln, auf die man sich setzen kann hier am Klavier. Hier habe ich eine richtige Klavierbank und die solltest du von der Höhe ungefähr so einstellen, damit du hier mit deiner Schulter, mit deinem Oberarm und deinem Unterarm so ungefähr einen rechten Winkel beschreibst, also dass es ganz gerade auch am Klavier liegen kann, sodass es entspannt ist und du bei aufrechter Haltung alle Tasten gut erreichen kannst.